Wie gefällt dir die Veranstaltung? Also bis jetzt ganz gut. Wegen den besonderen Künstlern hier oder einfach wegen der Veranstaltung überhaupt? Wegen der Musik. So, ich höre hier gerade, der hört gar keinen Schlag an, der hört nur an andere Sachen. Ich habe noch Radio Duisburg, der kennt die gar nicht. Der lügt, ehrlich, der kennt keinen hier. Und fühlst dich richtig wohl? Ich fühle mich super wohl, ja. Und Bester Popschlager ist heute zum sechsten Mal. Wie oft warst du schon dabei? Ich bin das erste Mal dabei, weil ich sonst immer arbeiten war. Dann wünsche ich dir noch viel Spaß heute Abend. Danke dir. Heute ist das sechste Mal Bester Popschlager. Wie oft warst du dabei? Das erste Mal. Und? Ist gut. Können wir nächstes Jahr wieder mit dir rechnen? Ja, ich denke schon. Du bist Fotograf hier. Wie gefällt dir die Veranstaltung heute? Die Veranstaltung ist sehr gut organisiert. Wir haben sehr viele Freiheiten hier als Fotografen und kommen den Künstlern sehr nah. Und die Bühnenshow ist fantastisch. Eben. Und ihr steht euch auch nicht selber im Weg. Platz für alle, ne? Ist Platz für alle da, ja. Wir suchen die bestimmte Bester Popschlager. Wie findest du heute die Veranstaltung? Supergeil. Viel besser als letztes Jahr. Die Halle ist schöner und die Leute sind super drauf. Kriegen wir einen bestimmten Künstler hier oder allgemein? Wir sind die Christen. Ich liebe wieder auf. Sind wir das erste Mal beim Bester Popschlager? Ja. Und alles gut, ja? Ja, ist super. Können wir das nächste Mal? Was haben wir mit dir rechnen? Auf jeden Fall. Ey, perfekt. Es gibt nichts Besseres eigentlich. Es fehlt nur noch Jörg Bausch. Ja, der kommt ja gleich noch. Jörg Bausch ist der Größte. Security ist cool, die Stimmung ist cool, die Getränke sind cool und ich muss ganz ehrlich sagen, die Preise sind auch cool. Also in Berlin zahlt man da weitaus mehr für die Getränke. Also haben wir hier in Oberhausen mal alles richtig gemacht, ja? Ihr habt definitiv alles richtig gemacht. Ich danke euch. Gerne. Und zwar auch mal aus der Sicht eines Rollifahrers. Wie findest du die Veranstaltung? Das ist super, wie jedes Jahr. Und du kommst ja auch als Rollifahrer super klar? Ja, ich komme ganz gut klar, weil ich auch sehr ruhig bin. Also nichts mit Barrieren oder sonstiges? Nein. Das ist alles schön eben ehrlich gemacht, aus Toiletten. Das ist alles super gemacht. Und ich sag jetzt einfach mal, Getränke werden die hier hingebracht oder wie hast du das geregelt? Ich hab meine Kollegen dabei, die gehen dann und holt die. Also du wirst uns hier nicht verdursten heute Abend, nein? Du wirst uns hier heute Abend nicht verdursten, ne? Nein. Nee, absolut nicht. Bist du das erste Mal beim besten Popschlager? Nein, äh, jetzt das vierte Mal. Also können wir ja auch nächstes Jahr wieder mit dir rechnen, ja? Definitiv. Danke dir. Bitte. Ihr habt euren Spaß mit den Mädels hier, ne? Man hat Spaß, wir sind freundlich zu den Leuten, egal wer das ist. Männlein, Weiblein, egal. Zu allen freundlich. Zu dir auch. Ich hab dich ja auch lieb. Ich bin heute zum ersten Mal hier und ich finde das einfach nur klasse. Immer wieder. Wie gefällt euch die Veranstaltung? Hammer. Hammer. Ohne Worte. Wunderbar. Gibt nichts Besseres. Seid ihr heute zum ersten Mal hier? Ich auf jeden Fall, aber Sie schon? Drittes Mal. Aber ich bin begeistert. Irgendwie für den bestimmten Künstler hier oder komplette Veranstaltung? Michael Wendler. Und der Jörg Bausch. Wie gefällt euch die Veranstaltung? Super. Und ihr? Toll. Wegen den bestimmten Künstlern hier oder wegen der Veranstaltung allgemein? Wegen dem Wendler. Okay, dann bleibst du uns ja noch ne Weile erhalten, ne? Bitte? Dann bleibst du uns heute Abend ja noch ne Weile erhalten. Ich bleib bis zum Schluss.